Salat wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa ba'ad Somit haben wir den ersten Hadith von dieser Abhandlung Al-Arba'in al-Nawiyah behandelt Die uns darauf gestützt auf die Erklärungen von Muhammad Salih al-Uthamin und Al-Alam Abdurrahman al-Muhaddin Und Inshallah fahren wir heute mit dem zweiten Hadith dieser Abhandlung Von dieser kleinen Abhandlung jedoch wie gesagt von großer Bedeutung Und der zweite Hadith, Al-Hadith al-Fani an Umar Aydah radiallahu an qal Umar radiallahu an überliefert wieder dieser Hadith Er sagt Als wir an jenem diesen Tag beim Propheten salallahu alaihi wa sallam waren Id tala alayna rajulum shadidu ba'yadi thiab Erschien uns Einen Mann Der Sehr Weiße Kleider hatte Weiße Gewänder Shadidu sawadish shahr Und seine Haare waren auch sehr stark Die Farbe und seine Haarfarbe waren schwarz La yura alayhi atheru safar Auf ihm ist keinerlei Spuren zu sehen von Reise Auf ihm sind keine Reisespuren zu sehen Wa la yaarifu minna ahad Und niemand von uns kennt ihn Er ist weder eine Reisende So wie es aussieht Jedoch gleichzeitig Niemand von uns Von den Medina-Leuten Von den Selbsthaften kennt diesen Mann Bis er Zum Propheten salallahu alaihi wa sallam kam Und saß auf seinen Knien Und Platzierte seine Hände Auf sein eigenes Knie Und sagte Wa qal Ya Muhammad Akhbirni an el Islam So Sprach er zum Propheten Sallallahu alaihi wa sallam Und sagte Ya Muhammad Berichte mir Vom Islam And he sagt mir Was ist Islam Fa qala Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam So anfortete ihm Der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam El Islam Antashheda An la ilaha illa Allah Wa anna Muhammad Rasulullah Wa tuqima as-salah Wa tuqtia as-zaka' Wa tasuma al-ramadhan Wa tahujja al-bayt An istata'at ilaihi s-sabeela Der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam Zagte ihm Der Islam is Dass du bezeugst Dass es keine Anbetungswürdigen gibt Außer Allah Subhanahu wa ta'ala Und niemand hat das Recht Angebetet zu werden Sallallahu alaihi wa sallam Und der Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ist ein Gesandter Und dass du das Gebet Verrichtest Und die Almosen Entrichtest Und Das Fastenmonat Zu fasten Und Die Pilgerfahrt Zu vollziehen Wenn es dir Ermöglicht wird So sagte Jibril alaihi wa sallam Bis zu diesem Moment Die Sahaba Radiallahu anhum Sie wissen nicht Dass der Jibril alaihi wa sallam Kam Und er ist derjenige Der diese Fragen stellt Und sagt dann auch gleichzeitig Du hast die Wahrheit gesprochen Hier Der Jibril alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam So dann sagte Jibril alaihi wa sallam So berichte es mir von der Iman So berichte es mir von der Iman Von der Glaube Was ist der Glaube So sagte der Prophet Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Und wieso wurde genannt Auch letzter Tag Weil das ist der letzte Tag Auf der Sardunya Das ist der letzte Tag Auf der Sardunya Deswegen wurde Jumel Acher genannt Jüngsten Tag Wurde es übersetzt Jedoch wortwörtlich Der letzte Tag Und dann auch Dass du glaubst An die Vorherbestimmung An dem Guten Und Scharr Dem Schlechten Was ist Der Mensch geschieht Und das kommt die Erklärung dazu Was es damit gemeint ist Das Schlechte So sagt ihm Jibril Alayhi wa sallam Sadakta Du hast die Wahrheit Gesprochene So dann sagt ihm Jibril Faakhbirni an el Ihsan So berichte es mir Von Ihsan Von der Gütigkeit So sagt ihm der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam En ta'budallaha Ke enneke Tarahu Dass du Allah Ihsan ist Dass du Allah So anbetest Als würdest du ihn sehen Fa inlem Kunta Fa inlem Fa inlem Tekuntarahu Fa inna Hu Yarak Und wenn du ihn nicht siehst So sieht er dich Die erste Stufe Ist die höhere Stufe Und dann kommt Die Wenn Die niedrigere Stufe Kaal So sagte ihm Nach dieser Antwort Kaal Berichte mir von der Stunde Damit ist gemeint Wann wird Jumul Qiyama Geschehen Berichte mir davon So sagt ihm der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam Mal mes'ul anha Bi a'alama min as-sail So sagt ihm der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam Der Gefragter Weiß nicht mehr Als der Fragender Der Gefragte Das heißt der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam Und der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam Wusste es Dass dieser Der Jibril Alaihi wa sallam ist Und sagte Der Gefragte Weiß nicht mehr Als der Fragende Das heißt Der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam Ist der Beste Mensch Der jemals Auf dieser Erde Fuß gesetzt hat Und Jibril Alaihi wa sallam Der beste Engel Wenn diese Zwei Beste Geschöpfe Sie wissen nicht Wann die Stunde ist Wie ist es dann Diejenigen Die nach ihnen kommen Und die Und die Rawafida Die sagen es Ihre Aimma Sie wissen Wann sie sterben Und sie sterben Nicht außer Mit ihren Erlaubnissen Sie stellen sogar Diese Aimma Die sie haben Über die Propheten A'udhu billah So sagte Nachdem Der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam Sagte Dass er kein Wissen Darüber hat Und auch Jibril Al-Islam Hat auch kein Wissen Darüber So sagte So berichte es mir Von ihrer Zeichen Von ihrer Deutung Die daraufhin Deuten So sagte Der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam Und dass du siehst Die Nackten Die Armen Die barfüßen Die barfüßen Wetteifern Im Bauen Das heißt Sie wetteifern Wettbewerb machen Sie Im Bauen Jedoch Viele können meinen Ist damit Und die anderen Und die anderen Sind dreihundertstöckig Dieser Hadith Wo Dann Sagte Dann Spricht hier Umar Dann Verschwand Er Er ist gegangen So sind wir eine Weile geblieben Dann sagte Der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam Ja Umar Sagte der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam Ja Umar Kennst du Weißt du Wer der Fragende war So sagte Der Umar Radiallahu Kultu Er sagte Allahu wa rasuluhu A'lam Und wir haben letztens gelernt Wann darf Allahu Wa rasuluhu Dass man diese Wow Zusammen macht In Sachen Die Gesetzlichen Sachen sind Siehst du Hier kommt wieder Die Anwendung Das Praktische Deswegen wir müssen Dieses Wissen lernen wir Damit wir es Umsetzen Wenn dann kommt Aha wir wissen es Bescheid Wann ist es erlaubt Und wann es nicht Ja Umar sagte Ich war Ja Allah Und sein Gesandter Wissen es am besten Kaal Der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam Sallam sagte Fa innahu Jibril Ataikum Ataikum Yuallimukum Dinukum Er war Jibril Kam zu euch Um euch Die Religion Zu unterrichten Zu Euch zu beibringen Zu lehren Rawahu Muslim Dieser Hadith Ist verzeichnet In Sahih Muslim Dieser Hadith Hat eine Geschichte Eine Ein Grund Wieso wurde Dieser Hadith Überliefert Und diese Geschichte Ist Als Lema Zaharat Bid'atul Qadr Fil Basra Als Die Erneuerung Von Qadr Das heißt Die Vorherbestimmung Verleugnet wurde Und das kam Auf Wo In Basra Als Diese Erneuerung Diese Erscheinung Aufkam In Basra Von Ma'bat Al-Juhani Ma'bat Al-Juhani Das ist Dieser Mann Der Der Erste War Der Diese Gedanke Trug Dass Die Sache Ist Einfach Alles Zufall Und Dass Allah Erst Danach Weiß Wenn Es Etwas Geschieht Allah Ist Frei Von Dem So Als Diese Geschah In Basra Und Diese Mubtedi Am'bat Al-Juhani Mit Dieser Erneuerung Kam Waren Die Leute Der Ahl Al-Hadith Die Leute Der Ahl Sunnah Al-Jama'ah In Diesen Ländereien Besorgt Über Die Situation Wie Sollen Sie Jetzt Vorgehen Was Sollen Sie Unternehmen Wie Ist Die Richtige Vorgehensweise Mit Diesen Leuten Somit Hier Kommt Eine Richtige Men Hedge Lektion Meine Lieben Und Diese Men Hedge Lektion Ist Dass Yahya Ibn Jamar Und Humayd Bin Abdurrahman Diese Zwei Fiqatan Diese Zwei Vertrauenswürdige Personen Die Hadith Überliefert Und Ihre Hadith Sind Ja Authentisch Und Deswegen Dieser Hadith Das Von den Leuten Das sind Leute Von den Sahihien Sind Alash Shrutihim Diese Zwei Männer Yahya Bin Jamar Und Humayd Bin Abdurrahman Obwohl sie Wissen hatten Und sie waren Gelehrten Jedoch Sie Handelten Nicht Nach Ihren Meinungen Und Ihrem Verständnis Sie Wussten Es Dass Es Es Gibt Noch Einigen Sahaba Die Am Leben Sind Was Sagten Diese Zwei Männer Sie Sagten Wir Begeben Uns Zur Pilgerfahrt Zur Hatsch Und Wir Hoffen Dabei Dass Wir Einen Von den Sahaba Des Gesandten Sallallahu Sallam Da Treffen Und Uns Bei Ihm Diese Sache Vorzutragen Und Dann Nach Seine Ratschläge Nach Seine Rechtlinien Zu Handeln Schaut Meine Lieben Hier Sagten Sie Nicht Die Sahaba Sind Alt Geworden Sind Schwach Geworden Nein Sie Sagten Lass Uns Zu Den Sahaba Zurich Gehen Auch Wenn Sie Ein Hohes Alter Erreicht Haben Und Sie Begaben Sich Und Das Ist Hier Eine Andere Widerlegung Gegen Die ganzen Mun Harifin Wie Pierre Vogel Und Abu Najih Und Alle Wie Sie Heißen Und Abdul Azim Und 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 Die Sagen Wir Verstehen Die Situation In Deutschland Besser Als Die Saudischen Gelehrten Wir Müssen Nicht Wie Nicola Blancho Und Wir Müssen Nicht Die Gelehrten Fragen In Saudi Arabien Wir Sind Hier Und Wir Verstehen Besser Die Lage Jedoch Jahmar Jahia Bin Jahmar Und Humed Bin Abdurrahman Rahim Ahum Allah Sie Sagten Nicht Das Schaut Diese Erziehung Der Selaf Obwohl Sie Waren Viel Höher Im Wissen Als Dieser Neuerer In Unseren Ländern Jedoch Sie Sagten Lass Uns Zu Den Sahaba Gehen Und Dann Begaben Sie Sich Nach Mekka Als Sie Ankamen In Haram Sahen Sie Abdullah Ibn Umar Schaut Der Ikhlas Schaut Der Taufik Aufgrund Dieser Ikhlas Kam Der Taufik Von Allah Subhanahu wa ta'ala Und Kam Der Taufik Dass Sie Einen Von Den Besten Sahaba Treffen Einen Von Den Wissensten Sahaba Treffen Überhaupt Abdullah Ibn Umar Als Sie Sahen Abdullah Ibn Dann Eine Kommt Von Seiner Rechten Seite Und Eine Kommt Von Seiner Linke Seite Und Das ist Adab In Tal Abul Ilm Meine Lieben Dass Die Beide Studenten Gleiche Stimmenweite Von ihrem Lehrer Haben Wenn Er Antwortet Hören ihn Gleich Wenn Beide Auf der Rechten Seite Der Ein bisschen Weiter ist Würde schlechter ihn Hören Und Wenn Beide Auf der linken Seite Der Am Linkesten Ist Würde Noch Schlechter Hören Stimmt Aber Sie Teilten Sich Eine Link Eine Recht Wenn Er Spricht Seine Lautstärke Ist Für Beide Gleich Schaut Das Ist Erziehung Das Wurden Sie Erzogen Von Den Selaf Und Sie Von Den Selaf Alleine Dann Noch Ein Anderer Adab Im Tal Abul Ilm Keine Jeder Wollte Dem Seinen Bruder Dass Er Die Frage Stellt Nicht Ich 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 Und Wieder Ich Nein Jeder Wollte Warten Auf Seinen Bruder Jetzt Habe Ich Leider Vergessen Weil Wir Haben In Mustawa Rabi Diese Geschichte Detailliert Gerannt In Kulat Hadith Eine Von denen Allah Alem Jetzt Eine Von Den Ist Älter Im Alter Entweder Yahya Bin Jamar Und Abdu Rahman Leider Kann Ich Mich Nicht Erinnern Wer Älter Von Ihnen Jedoch Dann Ließ Er Der Älteren Sprechen Der Ältere Die Frage Stell Dann Sag Er Der Fragestellende Der Fragesteller Ja Abdu Rahman Hier Wieder Eine Adep In der Fragestellung Sie Rief Sie Rief Mit Der Kunja Und Das Bei Der Araber Eine Respekt Form Das Bei Der Araber Beliebt Dass Man Jemanden Mit Seine Kunja Wenn Sie Kennt Ihn Ansprich Es Ist Auch Bei Uns Leute Erschienen Wurden Was Sie Lesen Den Koran Sie Haben Wissen Über Den Koran Und Sie Eignen Sich Wissen Sie Streben Nach Wissen Und Und Dann Sie Behaupten Dass Es Keine Vorherbestimmungen Gibt die diese Religion verteidigen und diese Religion bereinigen von solchen Erneuerungen, wenn sie auftreten. Und in dieser Zeit waren die Sahaba noch am Leben. Und von ihnen war Abdul Rahman, Abdulai ibn Umar radiallahu anhuma. Dann sagte Abdulai ibn Umar Ey, jetzt gut so, habt ihr die Frage gestellt? Sagte ihm Iza laqita ulaika faakhbiruhum enni bariyun minhum wa ennahum bura'a minni Wenn du diesen Leuten triffst, so sage es ihnen, ich bin frei von ihnen und sie sind frei von mir. Ich sage mich los von ihnen und sie sind frei von mir. Hier noch eine wichtige Angelegenheit. Wenn Solche Sachen geschehen, dass jemand in so eine Bida'a reinfällt, wie Bida'a del Qadr und Mu'tazila, Jehmiya, Khawarif, Rafida, dann sagt sich man los Sofa von diesem Mann und man muss ihm nicht die Beweise erbringen. Du hast uns keinen Ratschlag erteilt. Sie lauen sich auf und sammeln die Fehler von anderen. Hier, Abdulai ibn Umar sagte nicht, geh zu ihnen und sagt ihnen, gib ihnen einen Ratschlag und warten wir ab, was sie sagen. Nein, sag ihnen, ich bin frei von ihnen. Was ist frei von ihnen? Sie sind Erneuerer. Sie sind nicht auf meinem Weg, auf dem Weg von Propheten wo er mich hinterlassen hat auf dem Weg. Ich bin frei von ihnen. Ich sage mich los von ihnen. Wenn jemand in diese Bida reinfällt, die klaren Erneuerungen, die alten Erneuerungen, die schon bekannt sind, dann ist er nicht entschuldigt. Es wird von ihm sofort gewarnt. Jedoch, wenn ein Selefi in Sachen, die unklar sind, die undeutlich sind, wenn er reinfällt, wird er mit ihm geduldig umgehen und ihn beratschlagen und mit ihm eine Weile Zeit nehmen. Jedoch, wenn sie klare Erneuerungen sind, wie zu den Leuten der Khawaric und anderen Gedanken die Ulema einzugreifen, da ist die rote Linie überschritten. Und hier, wie gesagt, das ist der Grund und auch Abdullah ibn Umar sagt, er schwörte bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass diese Menschen, wenn sie wie Uhud das heißt wieder Berg Uhud an Gold besitzen und sie würden diese Gold spenden, auf Allahs Wege, aber sie glauben nicht an der Qadr, diese Spende nützt ihnen nicht. Diese Spende ist nutzlos. Das heißt, sie würden an Mengen von Gold spenden wie Berg von Uhud, jedoch sie glauben nicht an der Qadr von Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah alles vor er bestimmt hat und nichts passiert außer mit seinem Willen, somit es nützt ihnen diese Spende, Ausgabe, nichts. Das ist der Grund. Schaut, dieser ganze Hadith, diesen gewaltigen Hadith, wo Ulema ibn Rejab Rahimullah sagt, dass dieser Hadith umfasst die Erklärung der ganzen Religion. Wieso umfasst die ganze Religion? Weil am Schluss sagte der Professor sallallahu alaihi wa sallam, er kam euch zu lehren die Religion. Ausgabe dieser Hadith umfasst die ganze Religion. Erklärt die ganze Religion. Jedoch der Grund, dass dieser Hadith kam, Abdu ibn Umar hatte nur eine Sache ihnen zu erwähnen. Und das ist zu finden, achbirni an el-Iman, berichte mir von der Iman. Und von der Iman ist, dass du glaubst an der Qadr hayrihi wa sharrihi. Das ist von der Usul iman, von den Glaubensgrundlagen, dass du glaubst an die Vorherbestimmung. All diese Hadith brachte Abdu ibn Umar, der von seinem Vater dieser Hadith hörte, brachte ihn dazu, dass er ihnen der ganze Hadith überliefert, nur für diese Sache zu zeigen, dass er auf dem Weg des Gesandten sallallahu alaihi wa sallam ist. Dass er nichts von sich alleine spricht. Schon vielmehr das Hadith und das sind Wörter vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und hier ist wieder ein Perlen im Hadith. Ein Perlen. Und diese Perlen ist, dass der Sohn von dem Vater überliefert. Das ist von den Perlen im Hadith. Dafür wirst du geprüft in Kulatul Hadith. Er werden einige Perlen von diesem Hadith. Und von den Perlen der Hadith ist, dass der Sohn von dem Vater überliefert. Das ist nicht etwas Selbstverständliches. Das ist etwas Großartiges. Etwas Außergewöhnliches. Etwas ganz, ganz Schönes. Und dann eben Scheich Salih Scheich Mohammed Salih Al-Uthamin Rahimullah sagte bezüglich dieser Hadith diesem gewaltigen Hadith wie es Ibn Rajab Al-Hambali Rahimullah sagte dass sie einen unbestimmten Tag bei den Propheten Sallallahu Al-Aslam waren. Es wurde nicht erwähnt in dem Hadith welches Tag es war. Welcher Tag der Woche oder die Zeit nein eines unbestimmten Tages als sie bei den Propheten Sallallahu Al-Alaihi Al-Aslam gesessen sind. Und dann auch normalerweise sagt Scheich Huthamin Rahimullah in der Zeit zur damaligen Zeit wenn jemand reisend war seine Haare waren durcheinander und seine Kleider waren von Staub auch hatte Staub auf seine Kleider sie waren ein bisschen bedeckt von Staub wenn jemand in diese damalige Zeit gereist ist er hatte Spuren an sich die an seiner Reise hindeuteten jedoch bei diesem Mann es deutete nichts darauf hin dass Ebene auf ein Reisender ist und gleichzeitig niemand kannte ihn von den Medina Leute von den Selbsthaften und auch ein Adept in Talib Al-Ilm sagt Sheikh Mohammed Salih Al-Uthamin Rahim Allah als Jibrillah kam weil er kam um sie zu lehren und eine von diesen Sachen die er ihnen beibrachte wie man hat wie man sollte sich oder wie gebührt sich vor dem Sheikh zu sitzen vor dem Lehrer zu sitzen und er saß auf seinen Knien und platzierte seine Hände auf seine Knien das ist von der Erziehung da er sie erzog wie sie zum Propheten sich verhalten wie sie sollen gegenüber ihm sitzen erste zweite er kam mit neuen Kleider schöne Kleider schön angezogen gepflegt das ist auch eine Erziehung im Talib das der Talib gepflegt aussieht seine äußeren ist sauber denn meine lieben das was er strebt ist sauber das sauber ist überhaupt was existiert das ist Kitab Allah was Sunnat un Nebi Allah nichts gibt sauberes auf dieser Erde und deswegen da er so sauber ist so edel ist meine lieben die Ärzte sie 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 kleiden sich an mit weißen Kleider weil ihr Job angeblich sauber ist stimmt und sie haben zu tun mit Blut und Kot und alles jedoch du hast zu tun mit den Wörtern Allah du lernst du studierst die Wörter Allahs die Wörter der Schöpfer du lernst und studierst die Wörter der besten Geschöpf das ist der beste Weg der beste Beruf deswegen sagt er nichts besseres nach der Prophetentum außer nach Wissen zu streben und das Wissen zu verbreiten und deswegen Malik radiyallahu an als er wollte Hadith den Leuten überliefern er zog sich mit seinen besten Kleider und wurde darauf angesprochen wieso tust du das er sagte das sind die Wörter des Gesandten Sallallahu 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 sie ehrten diese wieso weil die Sunnah des Propheten Sallallahu 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 Außer Wahi Min Allah Offenbarung von Allah Subhanahu Wa Ta'ala und deswegen es gibt nicht besseres und hier Jibril Alayhis Sallam kam und war in weiß war gepflegt sein Aussehen seine Ausstrahlung und genau auch sollte der Talib Al-Ilm wenn wir bei den Gelehrten gehen und uns vor ihnen nicht mit irgendwelchen Sachen sich anziehen die sich nicht gebühren oder die Kopfbedeckung trage bei den Gelehrten das gebührt sich man erscheint nicht vor den Gelehrten außer mit Kopfbedeckung und in dieser Ansicht ist Imam Rabia Ibn Hadi Hafizah Allah sehr 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 streng dass der Talib Al-Ilm mit und beziehungsweise der Salafi mit Kopfbedeckung läuft das ist sehr wichtig und dann jedoch hier benützte Jibril Al-Islam etwas das er ihnen darauf hindeutet als wäre er von den Wüsten Araber er sagte nicht ja Resulullah ja Nebi Allah nein er sagte ja Mohammed und das taten die Wüsten Araber als sie zum Propheten kamen und sie hatten Fragen sie sagten zu ihm ja Mohammed sie riefen ihn mit seinem Namen jedoch Allah erzog die Sahaba nicht den Propheten mit seinem Namen zu rufen nein sondern mit ja Rasulullah oder ja Nabi Allah so ist die Anstandsweise zum Propheten Sallallahu Sallam jedoch die Wüsten Araber sie taten das weil sie waren nicht von den Leuten von Medina sie waren nicht nah vom Propheten Sallallahu Sallam und somit wendeten diese Art und Weise der Ansprache und hier Jibril machte dies extra dass sie denken er ist einer von den Wüsten Araber dass sie nicht das Gefühl bekommen ihn sozusagen aufzudecken von Anfang an wer das ist und dann ich sage mir was ist dieser Islam berichte mir was ist dieser Religion so der Prophet Sallallahu Sallam sagt ihm dass der Islam die erste Sache ist diese Shahada diese Shahada behindert zwei Shahada ersten ist dass es keine Anbetung gibt außer Allah und die zweite Teil ist dass Mohammed sein Gesandter ist und dies dass du es bezeugst und bestätigst und überzeugt bist in deinem Herz und es aussprichst mit deiner Zunge und es genügt nicht es genügt nicht es genügt nicht nur mit der Zunge es kommt weil die Zunge wer hat das gemacht die Munafiquen die Heuchler haben das gemacht sie haben mit der Zunge bestätigt sie haben bezogen dass der Gesandter Allah ist jedoch mit ihrer Zunge und nicht in ihren Herzen verwirklicht und somit sind sie Munafiquen und nicht Muslime weil das ist Nifak Ihtiqadi es nicht Nifak Ameli was sie hatten und deswegen sind sie in der unterste Schufe des Höllenfeuers Janis Sheikh Salih Huthamin Rahim Allah Mohammed Salih Huthamin Rahim Allah sagt es muss mit dem Herz und der Zunge und dann erwähnt er der Vers vom Koran außer derjenige der mit Wahrheit bezeugte und sie wissen es das heißt sie tun diese Bezeugnis mit Wissen mit Gewissheit nicht einfach so und dann auch wieso weil es gibt andere Götzen die angebetet werden neben Allah Subhanahu Wa Ta'ala jedoch das sind nichtige Götzen Batil unwahren Götzen der einzige Waren der zurecht angebetet wird ist Allah Subhanahu Wa Ta'ala und niemand anders Erwände Sheikh Mohammed Salih der Vers Wahrlich so ist dass Allah die Wahrheit ist und was sie neben Allah anrufen anbeten ist Batil nichtig nichts nützlich sie können nicht mal sich selber nützen geschweige dann diejenigen die sie anrufen und zweit ist dass du auch bezeugst dass der Prophet Gesandter Allah ist und Mohammed Mohammed Ibn Abdillah Al Hashimi Al Qurashi Min Zurriyat Ismail der Prophet Mohammed Salah Al Hashimi Übrigens Al Al Rabbi ist auch ein Hashimi Sheikh Rabbi ist auch Hashimi von der Abstammung des Gesandten Salah Al Al Hashimi Jedoch wann nützt dir dass du von Ahl Al Al Bait bist dann wenn du dich festhält an der Suna des Gesandten Salah Al 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 und nichts danach wenn jemand auf Bait ist dann nützt ihm nichts dann ist eine edle Abstammung und dass der Prophet Salah Al 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 es gibt keinen Gesandten keine Gesandten von der Abstammung Ismail nach Ismail, es gibt keine Gesandten, außer der Prophet Mohammed wir reden von seiner Abstammung nicht von Ishaq, seiner Abstammung und Jakob und Jusuf und so weiter nein, wir reden von der Seite Ismail weil er ist dann bei den Arabern geblieben Ismail von dieser Abstammung sagt Sheikh Es gibt keinen Gesandten außer der Propheten Mohammed und dann auch als Ismail und sein Vater die das Haus Allahs bauten machten sie diese Dua Rabbana Rabbana Wab'a'fihim Rasulam Minhum yetlu'a'lehim Ayatik sie machten das so O Allah O unser Herr Einer Oh schickt es oder tu es auferwecken von ihnen ein Gesandter von ihnen von ihren Mitten der ihnen deine Zeichen oder deine Versen vorträgt vorliest und Allah subhanahu wa ta'ala akzeptierte ihnen dieses Bittgebet. Und kam wer? Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und überhaupt der Beste von den Gesandten und Propheten, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Der Beste. Und Rasulullah, Gesandter Allahs, was heißt das? Weil es gibt Ulema machen, die Ulema machen Unterschied zwischen Nebi und Rasul. Zwischen Nebi und Rasul machen Unterschied. Sheikh Hussemin Rahmah sagt, Rasul ist, dass ihm ein Gesetz offenbart wurde und wurde befohlen, dieses Gesetz zu übermitteln, weiterzugeben. und Ulema sagen, dass Nebi ist und es gibt da einige Meinungsunterschiede, jedoch eine von denen ist und was ich am nächsten sehe, Allahu alam, dass Nebi ist, derjenige, der kein Gesetz zu ihm offenbart wurde, jedoch erfolgt das Gesetz von dem vorherigen Gesandten, Rasul und Allahu alam. Dann, dass du das Gebet verrichtest. Hier kam nicht das Wort, dass du das Gebet betest, einfach betest. Nein, hier kam nicht auf die beste Art und Weise. Welche beste Art und Weise? Wie Mohammed gebetet hat, wie er sagte, so betet, wie ihr mich betend gesehen habt. Das ist die beste Art und Weise des Gebetes. Das ist die vollkommenste Art und so ist Allah mit diesem Art des Gebetes zufrieden. und nichts mit keiner anderer Art. Wenn jemand kommt und sagt etwas anderes, er betet auf eine andere Weise und Art, somit hat er sogar hier eine gewaltige Sache ist herangefallen. Die Erneuerer, sie fallen in Sachen, die sie gar nicht bewusst sind. Weil, wie Imam Malik Rahmullah sagte, dass die Erneuerer, wenn sie etwas erneuern, sie unterstellen dem Propheten dass er nicht die Religion vollständig vollbrachte, übermittelte. Ja. Oder sie unterstellen ihm Jahal, Unwissenheit. Wieso? Sie meinen, sie wissen etwas Besseres. Deswegen kommen sie. Sie fallen in gefährlichen Sachen. Jedoch Allah die meisten sind nicht von ihnen bewusst aus Grund ihrer Unwissenheit. Eben das Gebet so auf diese Art und Weise zu verrichten, wie es uns der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gezeigt hat. Und dann die nächste Sache ist, die Almosen Zekar zu entrichten. diese Almosen zu entrichten. Wie es uns der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gezeigt hat. Bei den Schafen so viel und so viel, so viel muss man geben, bei den Kamelen so viel, bei den Kühen so viel, beim Gold so viel, bei Silber so viel und so weiter und so fort diese Sachen zu entrichten. Und was aus der Erde rauskommt und so weiter und so fort. die vierte Säule, dass man der Monat, das faste Monat Ramadan fastet. Das ist von den Säulen des Islam, dass man der Monat Ramadan fastet. Und dann sagt in der Basis bedeutet es in der Sprache, in der Grundlage der Sprache bedeutet es das Siam, das Fasten im Säulen sich enthalten und sich enthalten vom Essen, von Geschlechtsverkehr, Trinken und so weiter. Und dann die fünfte Säule die Pilgerfahrt zu vollziehen. Das heißt es ist Pflicht für jeden Muslim die Pilgerfahrt einmal im Leben zu vollziehen. Wieso Sheikh Hussein Rahimullah sagt ausgerechnet hier erwähnt der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam in Istita' Teilehi Sabila Wieso nicht beim Gebet, beim Fasten, beim Zakat obwohl auch die anderen gottesdienstlichen Handlungen sind auch mit Istita' verbunden. Wenn man nicht im Stehen, im Sitzen betet oder auf der Seite und und so weiter. Wenn man kein Zakat hat, entrichtet es man nicht. Wenn man krank ist und so weiter und so fort beim Fasten. Jedoch speziell beim Pilgerfahrt erwähnt der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam wenn es dir wenn du kannst wenn es dir ermöglicht wird. Wieso? Weil Sheikh Hussein Rahimullah sagt meistens es ist verbunden der Pilgerfahrt mit dem die Möglichkeit dazu zu haben. Diese ganze Reise diese Weite dahin Gesundheit körperliche Verfassung Geld und so weiter und so fort. das heißt es ist mit Schwierigkeiten und auch gleichzeitig mit Können zu können. Und deswegen als Feide viele der Ulema vom Andalus waren großen Gelehrten jedoch sie machten den Hatsch nie in ihrem Leben aus dem Grund weil es die Reise sechs Monate dauerte das Hinreise und Zurückreise wieder sechs Monate und somit es war sehr schwierig diese Sache zu vollziehen. Dann Sheikh Hussein Rahimullah sagt wieso diese yani Shahada tan diese zwei Shahada la ilaha illallah wa enna Mohammed und Rasulullah wurden eine Rücken aus ihnen gemacht eine Säule wieso nicht zwei Säulen aus dem Grund weil die beiden müssen in jeder gottesdienstliche Handlung vorhanden sein. Das heißt man kann nicht sagen in dieser gottesdienstlichen Handlung diese Säule wenn sie getrennt werden braucht man und in diese andere braucht man die andere Säule oder in ein paar anderen die beiden und so weiter das heißt man kann nicht trennen in jeder gottesdienstlichen Handlung in jeder Ibadah müssen diese zwei Sachen vorhanden sein und die erste ist Ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala und zweitens ist Muta'aba li nebi sallallahu alayhi wa sallam die Befolgung das Übereinstimmen der Tat mit der Sunnah des Gesandten sallallahu alayhi wa sallam deswegen sind untrennbar weil sie in jeder Tat müssen vorhanden sein und jani das la ilaha illallah jani die Bedeutung die Bedeutung die Bedeutung das ist heißt la ma'abuda bihaqqin illallah das ist niemand hat jani niemand wird mit Recht angebetet außer Allah subhanahu wa ta'ala das ist die Shahada von la ilaha illallah und diese Shahada sie hat einige Shrut und übrigens etwas davor hier kam la ilaha illallah kam nicht illallah rahman oder ein anderer Name von dem Namen Allah kam Allah wieso weil das ist die höchste Name Allah subhanahu wa ta'ala und übrigens einigen sagen es gibt keine höchste Name alle sind höchsten das sind eine Meinung von den gelehrten andere sagen wir wissen es nicht welcher Name ist der höchste und andere gelehrten sagen die dritte Gruppe von den gelehrten sagen Allah das ist die höchste Name Allah Allah und wie gesagt diese Shahada hat Shrut Voraussetzungen die erste ist Ilm das Wissen dass man Wissen hat darüber nicht einfach etwas ausspricht etwas bezeugt bestätigt was man darüber kein Wissen hat Zweite Yaqin Überzeugung dass man davon überzeugt ist nicht mit Zweifeln nicht die erste Versuchung und schon viele Zweifel dabei Nein du bist fest verankert in dieser Sache fest überzeugt dritte Sache ist Qubul das akzeptieren dass du voll hundertprozentig akzeptierst vierte Sache ist im Peat sich dem hinfügen hingeben fünfte Sache Al-Ikhlas dass du diese aussprichst mit völlige Aufrichtigkeit für Allah subhanahu wa ta'ala nicht für Position nicht für Augendienerei für nichts mit Ikhlas für Allah subhanahu wa ta'ala und dann die sechste Sidq das heißt mit Wahrhaftigkeit und die siebte Al-Mahabba mit Liebe und wahrlich die Gläubigen sind am heftigsten in der Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala dann sagt Scheibe Rahimullah Mas'ala Angelegenheit Helhadi Shahada Tutkhil Al-Insan Fil-Islam Tritt der Mensch mit dieser Bezeugung im Islam Scheibe sagt ja wenn jemand diese Shahada ausspricht diese zwei Teile der Shahada die beiden dann tritt diese Person im Islam sogar auch wenn wir Wann haben Vermutung haben und sogar eine überwältigende Vermutung dass diese Person aus Angst oder irgendeinem Grund zum Islam gekommen ist wir behandeln ihn als Muslim und auf uns ist wie Sheikh Uthamin Rahim Allah sagt nichts anderes außer das Äußerliche es ist Wir schauen nach außen er bezeugt diese Shahada wir akzeptieren es von ihm und wir behandeln ihn wie Muslim auch wenn wir denken und Vermutung haben oder Indizien haben die vielleicht denken ja dieser Mann hat aus Angst oder irgendwas zu bekommen die Shahada ausgesprochen und in dieser Sache wurde auch der Beispiel Usama ibn Said radiallahu an erwähnt dass Usama als er bei einem Kampf mit einem Muschrik konfrontiert war und als er ihn hatte dieser Mann sprach die Shahada er ließ ihn beim ersten Mal beim zweites Mal wieder als er ihn gelassen hat dieser Mann kämpfte weiter gegen ihn dann hat er beim zweiten Mal gegenüber ihn überlegen dann sprach er wieder die Shahada jedoch er hat ihn umgebracht dann kam er zum Propheten und er tatlte ihn darüber dass er diese Tat gemacht wieso er geteilt ihn nachdem er die Shahada ausgesprochen hat und dann Osama sagte ich wünschte mir dass ich bis zu diesem Tag nicht konvertiert wurde nach diesem Tag weil er diesen Tadel ja richtig deswegen wenn jemand es ausspricht die Shahada auf uns ist nicht in seinem Herz zu schauen und das hat er auch der Prophet die Menschen nach ihren äußeren behandelt auch wenn der Prophet mit Gewissheit wusste über Munafiqin in Medina erkannte sie bei ihren Namen und ihren Väter Namen und er behandelte sie wie Muslime nach nach zu behalde was sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wasallam